So, willkommen zurück zu Rise, Son of Rome und ja, in der letzten Folge haben wir ja uns durch den Wald gekämpft und wir waren ja in Richtung Viadukt unterwegs und falls du jetzt hier irgendwie einen Stress ausartest und denkst ja, oh je, habe ich die Folge, denn ich habe die letzte Folge verpasst, oh Gottes Wille, wo finde ich die jetzt? Alles entspannt, also die findest du, guck mal, hier oben links im Eck, jetzt haben wir es ja nicht rechts, sondern links, jetzt haben wir es auch mal auf die Reihe gekriegt, wo es einblendet wird, da kannst du auf jeden Fall die Folge nochmal nachholen und Hier lang, ihre Legionen nähern sich, stellt eure Bogenschützen an der Straße auf und schießt auf meinen Befehl Ja, Herren Hier muss ein Weg nach oben sein Okay Das war wahrscheinlich irgendwie die Barbarekönigin Oh, es fängt ja schon wieder, es fängt ja schon wieder gut an Es türmen sich schon wieder die Leichen, es türmen sich schon wieder die Leichen Aber ich war es diesmal nicht Also ich kann nicht immer alles, ich kann nicht immer in allem Schild sein, also Ihr dürft mir diesmal ein wenig verzeihen, diesmal, diesmal bin ich ein wenig entspannter unterwegs Noch, das kann sich wahrscheinlich noch ändern So, jetzt müssen wir uns erst mal wieder da einen Weg durchbaden Alter, mal, war das in die Richtung Schieber? Nein, war nicht Ja gut, dann mach es halt so Bist du dir da sicher? Freddy, bist du dir da ganz sicher? Ich glaub nämlich nicht Halte mal, ey, ey Dann saust du doch auch bei dir da drüber Oh Guck mal, ich hab, ich hab für dich auch noch mal eine Zorchlau, ne? So Aber Die gleiche Berge sich immer noch Gut, ein paar Steck sind wir uns immer noch drauf beteiligt Da hängt ein wenig auf halb 8 da hin Aber ist gut für Gesundheit Da hängt ein wenig in der Riege ein wenig durch So Jetzt geben wir uns tiefe dunkle Kämmerle Gehen wir mal das Leiterle hoch Na ja, mit eurer Haut Oh ja, klasse Jetzt müssen wir unsere Brüder da unterstützen Ach, auf geht's Jetzt werden wir unsere Kamerade da ein wenig unterstützen Oh ja, wir haben das Wetschge Was? 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 Komm her. Bevor wir den Edel lang rummachen mit dem Zerstauer der Hanna. Komm her. Brauchst du nicht so eine E-G-Mail-Gruppe. Und manchmal ist halt die Kamerastellung in den Spielen manchmal echte Rege komisch. Aber da gewinnscht er echt wirklich eine Menge drauf. Wenn es wieder kräftig was zum Schnetzler gibt. Ja, genau. Jetzt sind wir wieder so eine Situation, Kit. Wo wir echt wirklich ein wenig komisch an der Säule ein wenig gesteint sind. Ja, komm her. Ich spieße sie. Sehr schluss. Und. Komm mal ein wenig Frischluftzufuhr, wo ich füriere. So. Jetzt müssen wir unsere Kamerade da unterstützen, oder sind die? Der, 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 wo? Ah, da oben hat sich der Kollege versteckt. Kommen wir jetzt da hoch? Ja, ja. Schon klar. Aber da haben wir die Leiter. Jetzt haben wir's. Oje, unsere Kamerade, die, die leitet gerade zu mich. Nur bis sie blieb so ein krass geschehener Bängel Gas geben. So. So. Oh, wie so Platz da hat er vor. So. Der Weg ist frei. Vorrücken. Ja, da, Marius, Zetorius. Gut, da war's. Fange ich schon mal an. Und. Großer, normalen Amazierstreck. Und. Der kommt. Also, das war, das war jetzt gerade so ein spektakulärer Sprung da, ne? Wir sind tot. Sei verflucht, Römer. Also, es taucht jetzt gerade wieder Kombos rutsch. Das ist seit Ewigkeiten eine Menorke-Richtern. Sack, sag ich. Hack ihn. Und. Ja, komm. Hab ein bisschen Platz am Bauchraum schaffen. Hat, du kommst, schadet. Nur, dass wir runterschieben. Gut. Und, da darf ich ein bisschen sagen. So. Arius, Zetorius. Rützelakelus. 80 auf der Weg. Hoppla. Der Müffel ist aber kräftig. Also, ich bin's nicht. Ich war gerade erst vor der Dusche. Also. Also, ich, 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 ich's Müffel nicht. Das sind die Haufe Leiche. Brüder. Ich höre mir. Ei? Ei? Ich hätte es nie herkommen sollen. Jetzt dürfte ich hier sterben. Ich bemitleide dich. wir haben euch nicht gebeten hierher zu kommen das war uns aber gute gut von der mann so hat sie mir schon wieder und jetzt und jetzt sieht man schon die starke der platz machen lassen ok und jetzt sehen wir da mal andere seite und wenn du jetzt erst da haben deine chihuahuas vorschiebst kannst du weg laufen aber ich glaube nicht und dann ist richtig schön kräftig darum wäre daneben guck kann ich auch ich habe hoffe ja komm wir haben ein schildduell jetzt wird es aber so wenigstens fliegt auch leer da haben oi red bunferleit flügel hoffert zum hyggen herr ja die hat es aber ein wenig leicht faustig hinter der ohre die barbare königin also gut auf geht's so zu mir formation vorwärts schilder runter 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 halte halte männer holen da kommt es sehr los und schreibt sich weiter jetzt es bleibt spannend es bleibt spannend jetzt muss man sagen ernsthaft handel nicht ernsthaft handel durch das dunkle ding dadurch durch buxieren das wird aber ein wenig zu eng jetzt handel ich glaube das war jetzt eine leichte sende wenn wir aufhören ganze kompagnie gegen einen mann ich glaube das sieht so aus wie man ist ja nicht schon im hinterhalt kommen ich habe es noch nicht durch den zurecht auf meinen befehl hin an so das müssen wir da haben uns da durchdrucken ja nicht so kommen wir uns mal da mal dadurch vielleicht muss man von der seite an was dabei rauskommt ich muss mich beeilen sie können die stellung nicht lange halten ja leid ob der marius unser zins centurio oder hannah die stellung der hannah irgendwie gemeinsam der hannah schafft und wie die geschichte so weitergeht das erfährst du auf jeden fall in der nächste folge und bis dahin bleiben auf jeden fall gesund hau rein das nächste war jetzt schau wenn du deinem bollet